Hier kämpft immer noch unsere Flotte, einen vergeblichen Kampf. Wir wollten an ihnen vorbei, es ist uns nicht ganz gelungen. Ich weiß nicht, ob sie es überhaupt noch schaffen können. Aber zumindest ist kein Mutterschiff, äh, keine Königin dabei. Also eine kleine Unterzahl. Spannender Kampf noch. Ich führe mir die Zeit fort. Hier werden weiter Schiffe produziert. Zwei Schlachtschiffe, da vier, da vier. Könnte ich hier nochmal eins in Auftrag geben. Ich wollte jetzt nochmal versuchen mit Schlachtschiffen zu kämpfen. Second Fleet ist hier. Hat die vertrieben. Die fliegt jetzt nochmal zurück. Eigentlich hat auch schon ein Kolonischiff in Auftrag gegeben. Den wollte ich kolonisieren. Gucken wir mal, ob es diesmal klappt. Ja, den Kampf verliere ich. Leider verloren, aber auf 40.000 haben wir so runtergekämpft. Oh, da ist er wieder rein mit seiner Flotte. Und wir haben schon wieder einen verloren. Musst einen neuen Wissenschaftler holen. Deckungschance. Paketentechnik, Partikel dann eher. Admiral ist mit seiner Flotte untergegangen. Und wir können hier wieder... Das Kolonischiff kann noch fliehen. So, Second Fleet muss hier in den Orbit. Vier Planeten werden mittlerweile belagert. Er will uns kleinkriegen und es kommen immer mehr Flotten nach. Nochmal 2,91er. Warum greift er ihn nicht erst an? Oder da oben, die Zerkran? Weil ich ihn jetzt einmal geärgert habe? Komm, versuch's nochmal. Versuchen wir es nochmal, hier die Kolonie zu gründen. Und schnell wieder weg. Oder er zerstört's jetzt wahrscheinlich. Schauen wir mal, ob er wieder fliehen kann. Rolder hat er auch noch übernommen. Ach, ist das herrlich, ey. Und wirklich null Unterstützung durch unsere Herren hier. Verdrängt da ein paar, weil er da im Krieg am Boden verliert. Ja. Jetzt kommen da Truppen. Wahrscheinlich überrobert jetzt noch meinen Raum. Das wäre ja der Bruder. Das Kolonischiff kann ich eigentlich canceln, weil ich komme da eh nicht hin. Joa, den Planeten besetzt jetzt auch noch. Super Sache. Muss ich schon sagen. Ist ganz schön am lecken mittlerweile. Building ruined. Ja, den Planeten wird auch noch übernommen. Man muss es lieb haben, das Spiel. Man kann jetzt noch größere Flotten. Und er kommt da wieder mit neuen Flotten rein. Das sieht echt nicht gut aus für diesen Spielstand. Oh, macht er da weiter, oder was? Na, super. Gucken wir uns mal einen Admiral dazu. Trefferpunkte, Kampfgeschwindigkeit, Rekrutierungskosten, Trefferpunkte, Hülle. 25.000er haben wir bisher. Dadurch, dass er sämtliche unserer Planeten kaputt kriegt, haben wir aber noch ein Nahrungsproblem. Ich krieg die auch nicht zurückerobert. Schicken wir die Flotte mal drauf. Wird nicht bestehen können gegen irgendeine von seinen. Ach, vielleicht können wir diesen Planeten ja wieder befreien. Zwei Flottenhauser rein. Ja, super. Super Sache. Yondos wird also auch demnächst fallen. Building ruined. So, wenigstens konnten wir den Planeten wieder befreien. Nein, zwei Flotten haben wir keine Chance. Station unter attacken. Nächste Station wird angegriffen. Jetzt zieht er seine ganzen Flotten da zusammen. Research Station lost. Und jetzt kommt man den Planeten schon mal wieder befreien da. Aber wird er gleich wieder wen hinschicken. Ja, da kommt schon wieder das nächste Schiff. Ach, man, ey. Regt mich auf. Regt mich auf. 8000, ja, toll. Super. Großes Kino. 34er Flotte. Muss jetzt irgendwie zusehen, dass ich die Schlachtschiffe immer wieder gebaut kriege. Und an der Ausbreitung ihn hinder. Noch eine Mining Station verloren. So, hier kommt das nächste Schlachtschiff hin. Building ruined. Echt unglückliche Lage hier. Er ist jetzt wieder gestorben. Yeah. Research complete. Alle doof. Aber wir brauchen hier einen. Plasmabeschleuniger ist fertig. Hilft uns das. Können wir die Plasma-Kanone bauen. Erforschung mal die als nächstes. So, Yondos versucht wieder zu reparieren. Da ist wieder ein Fester. Kann ich eigentlich die Flotte wieder losschicken. Ein Katze-und-Maus-Spiel ist das. Konstruktion complete. Den Rolldasser auch weg. Vielleicht kann ich jetzt beide angreifen. Konstruktion complete. Und wieder einer weggestorben. So, Schlachtschiff-Flotte. Sollen wir den Planeten wieder befreien. Dann versuchen wir Rolldasser auch gleich mitzunehmen. Hier bauen wir dann das nächste Schlachtschiff. Oh, wie viel wir da schon verloren hatten. Wir waren auf 500. Alles zerstört. Auf nach Rolldasser. Wir müssen den Planeten abnehmen, damit die weniger Truppen kriegen. Da ist er bald fertig. Und hier ist er noch eher fertig. Dann kommt das nächste Schlachtschiff da in Auftrag. Ja. 39er haben wir mittlerweile. Ja. Sehr gut. Ja. Oh, hier kommt auch nochmal eine Flotte von ihm dazu. Wir kriegen Hilfe. Vielleicht können wir jetzt mit den beiden Flotten, dass er deren Flotte zuerst angreift. So nachdem es aber nicht aussieht. Aber wir sind zwei Flotten. Da könnte was gehen. Konstruktion complete. Er fliegt gleich weiter. Ich sag nicht, dass du abhaust. Ja doch, der fliegt weiter. So, hier einen Strattler zu sammeln, die Flotten. Ohne, dass er mich angreift. Beide Flotten gerettet. Die habe ich noch rausgekriegt. Die auch. Sehr gut. Beide Flotten gerettet. Puh. Ich muss jetzt beide in den Strattler auftauchen. Genau. Kann ich die vereinen. Und nach Zybran schicken. Und hier kann ich schnell sagen, kolonisiere das mal. 45.000, okay. Es wird langsam. Es wird. Nahrungsmittel sind echt knapp. Wieder einer gestorben. Wir brauchen schon wieder neuen Wissenschaftler. Kann nicht mal ein guter dabei sein. Ja, müssen wir Industrie nehmen. Energie wird auch knapp. Flotte steht da. Zusammenfügen die Flotten. Kongard war auch eine Schlachtschiffe-Werft, ja. Fehlt aber noch das Material dafür. 50.000 haben wir mittlerweile. Wir brauchen noch mehr. Nächste in Auftrag. Oh, nee. Der braucht doch schon wieder einen Planeten. Och, Mann. Das kostet Nerven, dieser Spielstand. Ja, kenne ich mittlerweile den Spruch. Building ruined. Oh, wir können wir upgraden. Building ruined. Zwei Schlachtschiffe werden nochmal fertig. Das ist aber immer noch viel zu wenig. Im Vergleich zu dem, was der hat. Construction complete. Jetzt die Frage, steht da noch eine Flotte oder steht da keine? Ich schicke es einfach mal vorbei. Construction complete. Könnte jetzt zum Kampf kommen. Es könnte tatsächlich zum Kampf kommen. Building ruined. Wird spannend. Schafft die Flotte das oder schafft sie es nicht? Ja, es kommt zum Kampf. Und wir sind in der Unterzahl. Und wir sind in der Unterzahl. Mal gucken, wie sie sich schlägt gegen die. Irgendwann muss das ja mal zum Kampf kommen. Beide schwere Verluste. Construction complete. Ne, keine Chance, die Flotte. Wird einfach aufgerieben. Building ruined. Unschätzbare. Hm, im Feld reparieren. Ja, bringt ja nichts, wenn es zerstört wird. Situation update. Ach, Mann. Also, Schlachtschiffe allein bringt es auch nicht. Die mit der Überzahl war schon besser. 40.000 haben wir nun abgezogen. Was tun, was tun. Und jetzt wieder das Colonieschiff losschicken. Woll, da zumindest ist frei. Kampfbericht. Ja. Königin kommt man nicht töten. Weiß ich auch nicht, was man da tun soll gegen die. Aber die Schlachtschiffe zumindest. Auch mit neuer Bewaffnung. Können wir nochmal reingucken. Wir haben jetzt den Titan-Slot. Die Mega-Kanone mit 22. Selbst die richtet wenig gegen die aus. Davon kann ich auch nur eine bauen. Die haben zwar ordentlich Wumms, aber... Ich brauche wahrscheinlich eine viel größere Flotte dafür. Schwierig, schwierig. Weiß ich noch nicht, was ich da jetzt machen soll. Jetzt wollen wir mal mit Kreuzern probieren. Muss ich mir überlegen zur nächsten Folge. Die Geräusche.